Alexander Bittroff besucht die erste Station seiner Karriere. Hier in Senftenberg in der Briesker Straße befindet sich der Sportplatz des VfB Senftenberg, heute des Senftenberger FC 08. Und für den VfB hat der Youngster des FC Energie Cottbus einst zum ersten Mal seine Töppen geschnürt. Alex, wann war das? Also vor ungefähr 14 Jahren, mit sechs Jahren, bin ich halt hierher gekommen zum Fußball in der Elf-Jugend. Ich habe halt angefragt, ob ich hier mittrainieren darf, weil ich unbedingt Fußball spielen wollte. Der Trainer sagte, okay, trainier einmal mit. Und dann hat er gesagt, gut, du kannst mittrainieren, du bist gut. Und dann habe ich halt hier zwei, drei Jahre lang noch gespielt. Was war deine erste Position hier? Auf der rechten Verteidigerposition wie heute habe ich dort gespielt, hat er mich eingesetzt. Und früher hieß ich sozusagen der Wadenbeißer, weil ich alle halt nicht vorbeigelassen habe, überall getackert bin. Ich will malitage jetzt Todo zuflu. Das nun zu mir. Also ich kann das Ş Конfaatliche spüren… dreadeln, das ist eine sehr gutта Le parody von oben 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 rein. Ich kann das nicht oder denke, beizie fehlen. Gudbeißen-Vertigreich. Und da nehmen. Hier braucht alles auch ganzore führung. Und da? Da muss noch nicht mit sein. Untertitelung des ZDF, 2020